So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Ramses der Dicke und es ist soweit. Ich glaube, mein Account ist zurück. Wir öffnen mal hier die Pokémon Go App. Wir haben gerade noch gestreamt. Boah, zurückkehrender Spieler. Jetzt habe ich wirklich gedacht, es funktioniert so. Nein, jetzt muss ich das hier wieder rüber tun. Das ist ja geheim. Ich muss den ersten noch auswählen. Jetzt habe ich drauf gedrückt. Jetzt kann ich das hoffentlich hier zurückziehen. So, jetzt müsst ihr sich das eigentlich anmelden. Wir haben gerade noch gestreamt. Palkia Raids für Zuschauer, das letzte Mal. Ich habe gesagt, ich kann ganz kurz mal gucken, wenn ich draufgehe auf meine E-Mail, ob es sich einloggen würde oder wieder dieser Sperrbildschirm kommt. Nein, der Sperrbildschirm kommt nicht. Und ich habe auch keine Ahnung, was mich überhaupt erwartet. Kommen jetzt hier Levelaufstiege durch? Haben mich Leute gelöscht? Habe ich die Spezialforschungen für die Sachen, die ich eigentlich gekauft habe? Habe ich Tickets erworben? Habe ich die Spezialforschungen davon? Habe ich Tickets davon bekommen? Habe ich gar nichts? Dein Freund ist Pokémon Go beigetreten? Wer ist das? Ich weiß es nicht. Steht der nicht da? Hat mir jemand ein CD-Ticket gekauft? Da ist noch ein anderer beigetreten. Weiß ich jetzt auch wieder nicht, wer das ist. Dein Freund? Hä? Das ist das Ding? Ne, ist es gar nicht. Ich habe nicht nur meinen Pokémon-Trainer-Code entfernt, ich habe auch eigentlich diesen Empfehlungs-Code entfernt aus der Beschreibung. Also eigentlich kann man mich gar nicht mehr ändern. Ich bin jetzt ein Geist. Ich bin jetzt ein Geist, mich gibt es gar nicht. Und ansonsten sieht erstmal eigentlich alles aus wie immer. Außer, dass hier oben halt dieses Campfire-Symbol ist mit so einer Karte. Ich jetzt meinen Raid-Pass heute auch noch verbrauchen muss. Ich gerade keinen Raid sehe. Da hinten 16.43 Uhr würde eine aufgehen. Mal gucken, ob ich den noch machen kann. So, was ist hier drin? Hat sich hier drin irgendwas getan? 15.252 von 6.100. Das sieht gut aus. Hier ist auch was voll. Freunde? 396 gefühlt haben mich also drei Leute gelöscht. Ich weiß nicht, wer mich gelöscht hat. Ich habe Freundschaftsanfragen hier von... Wer hat mich überhaupt geedit? Woher kennen die den Code? Ulmenstorm, Master-Poke-Player, Emil-Pokemon, Yu-Gi-Oh-Link oder irgendwas. Gamer-Tino, Octonus, Yoda, Six Rambo, Janotono, Phil McDuck, BDM irgendwas, Zahl, Niddle Lolle, Bonsai for Life, Max, GBC, Titus, Yannick. Hm. Sieht irgendwie alles vertraut aus, aber irgendwie auch nicht. Im Tagebuch sieht man die letzten Sachen am 08.07. Am 08.07. 6.22 Uhr habe ich das letzte Mal mit diesem Account gespielt. Danach war der für 30 Tage gesperrt. Rück zu führen auf eine Meldung. Das hat mir der auch geschrieben, der das gemacht hat. Äh, ich habe in der Vergangenheit mal diverse Events oder sonst was gezockt und gestreamt und übertragen. Das war eigentlich immer richtig cool. Mit Julchen zusammen vor allem. Die Mexiko-Events oder sowas. Dass sie einem ein Ticket besorgt hat und dachte, wir können zusammen einen Stream machen. Wir reden da miteinander. Sie fängt da was. Ich stelle mich da irgendwo hin und gucke auch, was ich kriege und was ich fange. Jetzt kam das gut an bei den Leuten, dass die da reingucken können mit. Und dass die mal ein bisschen von der Umgebung sehen und von dem Event was mitkriegen. Man wollte immer den Zuschauern was zeigen. Ist aber natürlich eigentlich total doof. Macht man nicht. Oder man nimmt einfach irgendeinen anderen Account oder sonst was, wenn man wirklich was zeigen will. Anstatt das mit dem Hauptaccount zu machen. Denn der Account ist wirklich fast seit Anfang an dabei. Da steckt so viel Geld drin. Also gefährdet nicht euren Account. Wir haben jetzt daraus gelernt. Also es ist jetzt 30 Tage um. Die 30 Tage waren richtig verkackt. Ich dachte, ich kann Lavados, ich kann Zapdos, schön die Rates mitmachen. Damit ich dann am Ende meine 100er alle auf Level 50 ziehen kann. Das war mein Ziel für den Monat gewesen. Jetzt ist der Monat um. Die Dinger sind wieder weg. Ja. Ansonsten, ich habe keine Ahnung. Es kam alles durch eine Safari-Zone dann. Eine Safari-Zone, die gemeldet wurde. Und die geschickt wurde. Und die gezeigt wurde. Und dann im Zusammenhang mit dem Hauptaccount und alles. Und das stößt einigen dann halt auf, wenn bei einem Bezahlticket-Event man rumspooft und das auch noch zeigt. Es gibt Leute natürlich, die spoofen und zeigen das. Aber die verdecken immer ihren Namen. Du weißt nicht, wer das ist, was, wie, wo. Das gibt es auch. Aber ich werde auf jeden Fall keine Safari-Zone mehr streamen. Ich werde mit meinem Account wahrscheinlich auch nicht mehr in Budapest Geschenke machen. Für mich war immer alle so, ah, Spoofer, Zaragoza, 24-7 oder was. Ich war so gut wie nie in Zaragoza. Wer mit mir befreundet ist, der wusste das. Ich war Margareteninsel, Ungarn, Budapest. Das war ich. Einfach nur für mich mein Fleckchen, wo ich immer gespielt habe. Ohne, dass ich jemandem schade oder dass ich jemandem irgendwie an den Karren pissen will. Ich habe einfach nur für mich mein Zeugs gemacht. Meine Geschenke-Runde immer gemacht. Die Geschenke verteilt für die Level-Aufstiege. Jeden Tag die 100 Stück rausgehauen und geguckt und gemacht. Ich habe nie jemanden geärgert. Ich habe niemanden auf dem Dings. Aber gut, durch die Safari-Zone war das halt dann. Da hat sich jemand benachteiligt gefühlt. Und kurz nachdem ich von Berlin hier war, wo wir Berlin-Go-Fest waren, war dann der Account plötzlich auch weg. Und jetzt ist der zurück. Und ich weiß jetzt nicht, wie es weitergeht. Aber so, wie es jetzt war, kann es auf jeden Fall nicht weitergehen. Und es wird Änderungen geben, die vielleicht schon ein bisschen eingetreten sind oder ihr demnächst auch noch merkt. So, was können wir jetzt hier machen? So, was haben wir jetzt hier drauf? Sind da jetzt Sachen von diesem Jahr dabei oder sind die nicht dabei? Chicago, Dortmund, Montreal, St. Louis, Liverpool, Philadelphia. Weltweit, 21, 19, haben wir irgendwas von... Da war das Mexiko-Event. Es gibt wirklich Leute, denen ist das halt wirklich wichtig, gerade die Medaillen zu sammeln. Und die haben sich eben auch Tickets gekauft, selbst wenn die gar nicht gespielt haben. Einfach nur, damit sie die Medaillen bekommen haben. Global für der 5. Juni, das war da dabei. Hier ist die Jodo-Tour noch. Okinawa, Safari, Berlin, GoFest Berlin. Seattle, ich habe die Seattle-Medaille bekommen. Juhu, ich habe Berlin am 2. Juli, ich habe Seattle am 22. Juli. Morgen und Nachmittag, Sapporo, 6. August, Nachmittag und Morgen. Ich habe diese Medaillen bekommen, obwohl ich die Events gar nicht gespielt habe. Der Account war nie in Sapporo, der Account war nicht in Seattle. Aber ich habe die Medaillen trotzdem bekommen. Das ist aber schön, da war das nicht umsonst. Ich habe die trotzdem bekommen. Was ist aber jetzt hier? Ein mysteriöser Rauch habe ich. Der Rauch ist ja jetzt eh für alle da. Das ist dabei. Lautlose List. Da ist noch eine Spezialforschung. Ok. Die wollte ich aufheben, bis der nächste Wandel ist. Dass der Giovanni wieder ein anderes Pokémon hat. Damit ich das auch direkt abholen kann. Und ich habe mit diesem natürlich auch noch nie diesen täglichen Abenteuerrauch gemacht. Das wäre für mich dann auch das allererste Mal, dass dieser Account den Abenteuerrauch nutzt, den Abenteuerrauch machen kann. Habe ich noch nie gemacht. Ich habe bisher noch gar keinen verwendet, auch auf keinem anderen Account, weil da hatte ich keinen Bock dazu. Jetzt will ich mal schauen. Nächsten Dienstag wird es vielleicht sogar so sein, weil ich da auch in Meiningen bin und Wege zu erledigen habe, dass es an sich eigentlich keinen Stream gebe. Ich vielleicht aber mal aus Meiningen von unterwegs eine Spotlightstunde streame. Und im Anschluss an die Spotlightstunde dann vielleicht auch den Rauch nutze. Und das eben unterwegs, was wir schon lange nicht gemacht haben. Wenn ihr da Bock habt, könnt ihr natürlich reinschalten. Ich habe mir auch vorgenommen, dass ich ein paar Leute adden möchte, jetzt wo der Account wieder da ist. Und zwar möchte ich die Leute, die ich auf dem GoFest in Berlin live getroffen habe vor Ort, die möchte ich gerne bei mir irgendwo auf dem Account haben. Brezelqueen zum Beispiel, Tote Oma, sowas. So mehr fällt mir gerade nicht ein. Der gelbe Deadpool und der Solokämpfer. Leute, die man wirklich dort getroffen hat, die auch gesagt haben, sie wollten schon ewig mal in die Liste vielleicht auch und haben es immer mal wieder probiert, sind nie reingekommen. Ich habe euch ja jetzt gesehen, ich habe ein Draht. Wenn ihr das wirklich seht, schreibt bitte mal einen Kommentar. Schreibt mal nochmal euren Trainer-Code und Trainer-Namen vielleicht unter das Video. Wenn ihr sagt, jo, wir waren in Berlin, wir haben uns da gesehen und ey, cool, ich möchte auch in die Liste mit rein, dass ich euch annehmen kann, dass ich euch sammeln kann. Ansonsten ist das Video eigentlich komplett sinnlos gerade. Aber ich möchte trotzdem einfach mitteilen, dass ich wieder da bin und es jetzt dann auch vielleicht wieder Geschenke geben wird und man vielleicht auch wieder Eierbrut-Videos macht demnächst, aber die Geschenke dann einfach nicht mehr aus Budapest kommen. Die Geschenke, die Eier, die Gebrüteten nicht mehr aus Budapest sind sonst was. Also darauf muss ich nun komplett verzichten. Es gibt immer wieder irgendwelche Hater sonst was, die sagen, ja, hier, der hat zwölfe Eier gesammelt und da steht hier Budapest dran und na, der lebt doch gar nicht in Budapest, oder? Und das ist wahrscheinlich schon ein Grund, einen anzukacken oder irgendwas. Eigentlich sollte es ja egal sein, wo man seine Eier sammelt, aber gut. Budapest für mich, es war eine super Zeit, Budapest. Einige Leute haben das auch gesehen, wenn ich bei YouTube irgendwas machen wollte, da stand immer ein HU oben für Ungarn, also Hungry, Hungry, Englisch, Ungarn. Mein YouTube war schon einfach Ungarn, weil YouTube selbst dachte, ich komme aus Ungarn. Ich bin Budapester. Ich habe immer meine Budapest-T-Shirts angehabt. Ich habe verschiedene, straight outer Budapest, lauter so Zeug. Das war für mich nicht einfach nur, ja, ich bin Spoofer und Spoof rum. Nö, das hat sich damit so entwickelt, dass man dann mit tausend Accounts rumrennen musste, weil keiner mehr gezockt hat und alle zerstritten waren. Dann war das zu viel. Dann hat man mal was ausprobiert. Dann hat man gedacht, okay, man ist dabei geblieben. Die Leute haben sich immer gefreut auf Geschenke aus Budapest oder Eier aus Budapest und zu brüten. Nein, guck mal, das ist von dir, weil niemand spielt in Budapest. Niemand außer der Ramses. Die Zeiten sind vorbei, kein Budapest mehr. Und mal schauen, wie es weitergeht. Ich kann nicht viel dazu sagen jetzt. Ich musste mich erst mal reinfuchsen. Ich war jetzt 30 Tage ohne irgendwas. Ich habe keine Interaktion gemacht. Ich habe keine Arenen gemacht. Ich habe kein gar nichts gemacht. Er ist wieder da, aber ich fühle mich trotzdem unsicher, weil ich ja eben nicht weiß, weil der Yendik einfach so auch mal irgendwas macht und dann Bäm und du den nie erreichst und so viele Leute auch trotzdem komplett zu Unrecht mal gesperrt wurden oder einfach nur irgendwas aussitzen und ausbaden müssen. Also, wir versuchen weiterzumachen. Wir versuchen das zu genießen, solange wie es geht. Und wenn ihr in Berlin wart, wenn ihr beim GoFast wart, dann schreibt mal hier unten einen Kommentar und lasst mir mal euren Trainercode da. Ich versuche euch dann aufzunehmen, weil ich die Leute gerne echt in meiner Liste hätte. Ich habe gar keinen Überblick. Ich weiß überhaupt gar nicht mehr, wer ist wer, wer ist wie, wo ist was, wer ist überhaupt irgendwo. Aber zusammen kriegt man das bestimmt hin. Ansonsten, ja, jetzt kommt zum Abschluss noch ein kleines Highlight. Geben mal Raupi ein. Guckt euch das an. Hier, Raupi. Raupi Level 50, 100%. Raupi. Und das war jetzt der Abschluss vom Video. Wir sehen uns. Die Tage. Bis dahin, peace out, Vorhaut. Euer Ramses.